Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Partner, Beziehungscoach und Psychologe und so weiter und sofort guckt gerne mal meine feinen Kurse rein auf liebeschiff.de, Eifersucht, Liebeskummer, Bindungsangst, Verlustangst, Dating und so weiter und so fort. Ich sitze weiter hier an meinem neuen Buch Feuer und Flamme, was bald rauskommt und heute haben wir aber das famose Thema Vorwürfe ohne Begründung. Ganz kurze E-Mail. Hallo Christian, mich würde das Thema Vorwürfe ohne Begründung interessieren. Ist das eine Taktik, um mich im Zustand des Grübelns zu halten? Ja, also man denkt ja immer, dass Menschen irgendwie so aktiv böse Sachen machen. Also natürlich gibt es das, die Welt ist in großen Teilen echt schwierig. Natürlich gibt es das, aber meistens ist es einfach Unbewusstheit, ne? Unbewusstheit und also dass jetzt jemand dir, ja, also für mich gehören Vorwürfe oft halt gerade bei den Leuten, die mir schreiben, zu diesem Dreiklang der toxischen Beziehung, Lovebombing, Kritikphase, Abschuss und dann wieder von vorne. Also das kann ich immer wieder betonen, der berühmte toxische Kreislauf. Und da würden für mich jetzt auch Vorwürfe ohne Begründung reinhören. Also natürlich kann man den Partner kritisieren und wenn man mal schlecht drauf ist, auch mal mehr. Aber natürlich muss das irgendwie faktenorientiert sein. Es ist aber selten so, dass da jetzt Menschen sind, die sagen so, jetzt packe ich meinem Partner hier mal schön Vorwürfe ohne Begründung und will den so richtig in die, fertig machen und psychisch auf den Boden bringen. Also dass das so bewusst ist, das ist, glaube ich, doch schon echt die Ausnahme, ne? Zum Beispiel, damals hast du schon so etwas Blödes erzählt. Ich habe es nicht geglaubt und jetzt wurde es wieder von jemandem an mich herangetragen. Ja, ich kann natürlich jetzt nichts zu sagen. Da fehlt natürlich der ganze Kontext jetzt. Mir wird aber nicht gesagt, was ich gesagt haben soll. Ach so, okay. Okay, okay. Diese Taktik wird in ähnlicher Form öfter mal angewendet, nicht vom Partner, sondern von einem Familienmitglied. Okay, aber letztlich ist es auch egal, ob jetzt Partner, Familienmitglied oder so. Ja, also das würde jetzt fallen, so in diesem ganzen Bereich Gaslighting, ne? Dieses, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie irgendwas in den Raum werfen, was keinen Zusammenhang hat, äh, weil man sich, äh, vielleicht wirklich Scheiße gebaut hat und sich irgendwie verteidigen muss und dann sagt man einfach irgendwas und, äh, ja, aber du hast ja auch das gemacht oder, ähm, also oft ist es auch, ich kann, hat das ja neu schon mal gesagt, also immer wieder zu verstehen, warum jemand destruktiv, zusammenhanglos, äh, nicht verständlich kommuniziert. Das ist müßig, so, es ist müßig, das haben die vielleicht in der Kindheit gelernt, äh, vielleicht ist das so ein Familienerbe bei euch, ähm, ja, aber, ähm, ja, weiß ich nicht, da rein, da raus, weitergehen. Gerade beim Familienmitglied, ja, sorry, kann ich nicht, äh, hat für mich keine Relevanz, ne? Also hat für mich keine Relevanz, also gibt ja so ein schönes Buch, äh, The Art of Not Giving a Fuck und hast mich wirklich sehr gute Haltung im Leben, einfach, ja, okay, hast du mir jetzt gesagt, da rein, da raus, gibt keinen Kontext, ähm, weiß ich nicht, warum du das machst, interessiert mich auch nicht, mein Leben geht hier weiter, ne? Und, also, werteorientiertes Leben, du kümmerst dich um die Sachen, die dein Leben bereichern, besser machen, schöner machen, die Leute, die gut mit dir kommunizieren und die Leute, die nicht mit dir, gut mit dir kommunizieren, drauf geschissen, ehrlich, auch wenn es ein Familienmitglied ist, ja, da rein, da raus, also du hast drüber nachgedacht, du findest keinen Kontext, ähm, wenn es einen konkreten Vorwurf geben würde, würdest du drüber nachdenken, würdest du auch vielleicht was ändern können, mehr kann man nicht machen, ne, mehr kann man nicht machen, und warum und wieso, äh, das ist ja auch in meinem Glückskurs, den ich irgendjemand sehr empfehlen kann, ähm, äh, auch, äh, super Start gewesen von dem Glückskurs, danke nochmal dafür, ähm, der, ja, also, was soll man sagen, also, dieses, diese Warum-Frage ist eine der größten Fragen, die Unglück verursachen im Leben, warum, 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 warum ist heute schlechtes Wetter, warum hatte ich einen Unfall, warum habe ich einen Lotto gewonnen, warum, äh, habe ich diese Freundin, warum habe ich jeden Partner, warum hat er das gesagt, warum dies, warum, ja, also, da, die richtige Antwort ist, darauf ist, äh, gute Frage, wir wissen es nicht, warum kommuniziert der Familienmitglied so, gute Frage, keine Ahnung, wo sind meine Werte, da, 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 da geht's weiter, fertig, also, meine ganze Arbeit ist, äh, werteorientiert, also, eigene Werte, eigentlich ist es, gesellschaftliche Werte interessiert mich überhaupt nicht, äh, eigene Werte, ähm, natürlich gleiches Recht für alle, also, was du dir zugestehst, gestehst du auch anderen zu, und, äh, führst du ein werteorientiertes Leben, mehr kannst du nicht machen, in diesem ganzen Irrsinn, ja, ne, Ja, ich wollte mich an dieser Stelle, ähm, auch nochmal kurz bedanken, das habe ich mir noch gar nicht gemacht, für das, äh, letzte Jahr hier auf meinem Kanal, das wollte ich nochmal kurz mit einwerfen, weil ihr habt dafür gesorgt, äh, dass mein Kanal 5 Millionen mehr Aufrufe bekommen hat, also, allein im letzten Jahr, das ist, ähm, ähm, ja, ein bisschen, knappes Drittel der Gesamtaufrufe, die ich jemals hatte, ähm, 10.000 neue Abonnenten, und, äh, ja, vielen Dank dafür, 775.000 Stunden Views, Wahnsinn, äh, und, ja, neues Ziel ist natürlich jetzt erstmal kurzfristig die 40.000 und dann die 50.000, also, auch wenn ihr meinen Kanal, also, die Hälfte gucken, den ja einfach, ohne den zu abonnieren, also haut einfach mal ein Abo rein, oder ein Like, oder eine Kanalmitgliedschaft, und da schütze ich mich sehr mit. In diesem Sinne, sehen wir uns bald wieder.